Hi und herzlich willkommen liebe Leute zum heutigen Video. Diesmal war ich bei Bramor Beats mal wieder. Das wird also das Bramor Beats After Movie. Mega geil gewesen, mega geile Fete. Mega! Und mit Hardstyle Electro, jeder geilen Musik, wo man richtig zu Party machen kann. Es war echt geil, bis morgens um 5 haben wir gefeiert. Und ich durfte mit auf die Bühne ein bisschen da filmen und mit meinen ganzen Leuten da gewesen. Es war mega geil. Danke an Hauke, danke an Markus und an die ganze Bramor Beats Crew. Mega cool, zieht euch einfach rein. Ich habe so ein bisschen hoffentlich was Gutes eingefangen und guckt es euch einfach an. Peace out! Ja, wir freuen uns auf jeden Fall dieses Jahr. Bramor Beats 2016, wir sind hier am Start. Wir sind alle stocken nüchtern, wir bemerken. Dieses Jahr wieder gute Mucke am Start. Die Leute haben wieder echt gut was hier hochgetogen. Ich bin live auf YouTube. Oh mein Akkirchen! Was ist die denn mit dir? Ja, und ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich werde gleich einfach mal ein bisschen filmen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020